Nein, 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 jetzt habe ich zumeist in die andere Richtung gelangt, fick dich! So, hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5, heute zocken wir eine Spieleliste, die von Boneshoof ausgesucht wurde, ich bin gespannt, wie sie ist. Vier Spielchen. Genau, es sind vier Runden, beginnen tut heute der Jjo. Jo, hei Leute, was ist er? Jawohl. Ja, wollen wir starten? Ja, starte einfach, jetzt sind wir eh zu viert. Jo, sieht gut aus. Ist auch egal, jetzt sind wir zu dritt. Custom Map, yeah. Okay. Hallo. Ich hätte noch GTA Modus anmachen sollen. Jawohl, NASA Sky Racing, okay? So, ist eine ganz witzige Map und auch nicht allzu schwer. Cool. Du darfst nur nicht runterfallen. Ja, okay. Ist einfach unten rennen. Wow. Mit ein bisschen hüpfen. Mit ein bisschen hüpfen, ja. Den zweiten Sprung recht weit oben nehmen, damit du auf Plattform landest. Okay. Ja. Ist aufgelandet. Ja, und beim nächsten springe ich auch öfters daneben. Da musst du dir eine eigene Taktik tun. Boah. Ist voll scheiße die Stelle. Ja, die Map ist aber auf jeden Fall lustig, ja. Ja. Also ist ein bisschen was anderes machen. Ja. Aber relativ einfach. Ja. Alter, wie weit vorne seid ihr? Ja, jetzt sind wir ganz nach vorne. Ja. Zweite Runde. Ja, ich auch. Wir waren jetzt schon auf dem Sprung, wo man ganz oben fahren muss. Ja. Wir haben aber gerade in der Mitte gebrungen. Oh. Boah. Boah. Knapp. Fast runtergefallen. Ja. Ja. Hier war dann noch recht gut eigentlich. Recht easy. Oh, jetzt auch nicht schnell. Jetzt gehts runter. Jawohl. Und tschüss. Habe ich wieder eine Chance. Ja. Auf jeden Fall. Oh nein. Die fällt auch. Oh nein. So auf jeden Fall nicht. Da war ich gerade eben zu schnell. Ja. Ja. Aber die halte ich für sehr lustig. Die Map. Ja. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Boah. Das war knapp gerade. Das ist definitiv was anderes. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr funny aus. Der J2-Felter. Stapel. Ja. Ich hab Verbot. Stapel ist in der zweiten. Sieht auf jeden Fall sehr funny aus. Viel Spaß. Mal gucken, wer die abschließt. Ja. Ich bin mal gespannt. Was überhaupt auf mich zukommt. Sie ist hart. Ja. Hart ist für mich immer gut, ja. Hart ist dein zweiter Vorname. Ja, genau. Alter, ich war hier eine perfekte Runde und ihr seid immer noch nicht innerlich. Ja, die Runde war bis gerade auch perfekt. Ich bin schon wieder runtergefallen. Aber ich hab so viel Vorsprung, das geht einfach voll klar. Das ist echt hart. Ich war einfach wachsen. Ich seh einfach. Ich mach vielleicht Kampplatz 2. Oh, der Unterfehler. Scheiße. Ich kann Platz 2 sehen. Runtergefallen. Mhm. Ich hab schon immer noch weit gelaufen. Ja, bist du jetzt zweiter? Ja. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Erst kriege ich... Oha. Oho. Nicht mehr. Und wieder runtergefallen. Ah, hat er dich runtergedrückt, der Sack? Nö. Shitjah gesagt. Abgeprallt von der Bahn. Mies, ey. Bis in der letzten Runde. Ist so ein Kopf an Kopf rein? Äh, ne. 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 Ja doch, total. Scheiße. Für euch beide ja. Voll spannend. Wieso bin ich wieder dritter? Weil er dich irgendwie beholt hat. Du bist doch runtergefallen. Ja, ein paar Mal. Wie ist das heute? WTF? Ja, wenn der 25.000 Mal runterfällt, dann zahlt er ja vorbei. Ist ja egal. Guten Abend. Kicks. Ich wurde überrundet? Wie, du wurdest überrundet? Ja, stand da gerade. Aber da ist keiner an mir vorbei. Na, das geht doch gar nicht. Ist ja noch weit hinter dir. Dieter Kicks, oder was? Kann ich ja gar nicht überrundet haben. Der ist eine letzte Runde. Ja, stand da! Das ist dieses durchsichtig, was ich meine, wo die Teile eigentlich ziemlich kacke sind, ja? Ich hab tatsächlich recht gesperrt. Schade. Schade. Okay. Und ähm. Oh. Und der ist... Nein, noch nicht so schlecht. Zahn. Oh, krass. Fang dich. Bis zum Punkt. Jawohl. Und tschüss. Hahaha. Geil. Jetzt überrunden. Was? Jetzt bist du jetzt in der Viertel. Dann hat er dich doch überrundet. Da ist. Haben wir Kumpgrin gesehen? Ne, ne. Er ist ja immer noch vor uns die ganze Zeit. Ja, wir sind aber gerade die ganze Zeit Erster gewesen. Da war er aber noch nicht so weit hinten. Deswegen haben wir ihn nicht überrundet. Jawohl. Jawohl. Jo, dann. Übrigens bei einer Spieleliste mache ich keinen Cut. Nur, dass du da schon mal Bescheid weißt. Dann starte ich auch gleich mit den Spielern, die drin sind. Ja. Oh. Oh. Oh nein. Der war mies. Das war alles live. Das war alles live. Bei Riesel News. Das war alles live. Das sah so gut aus. Da hin. Ja, aber auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall schon mal eine coole Map. Vom Zugucken hab ich richtig Bock gekriegt. Ich hoffe die zweite wird jetzt. Ja, dann freu dich auf die nächste. Du hast einen Bock gekriegt. Ich hab einen Bock gekriegt. Vorher hatte man nur eine Ziegel. Ja. Aber. Viel Spaß. Wird nicht leicht. Ich hab sie auch erst ein, zweimal. Zweimal hab ich sie jetzt gespielt. Ja. Okay. Einmal hab ich sie beendet. Einmal? Ja. Was ist denn da alles drin? Erzähl mal. Guck aufs Bild. Spiral Galileo. Spiral Galileo. 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 Galileo steht da. So, ich starte direkt. Ja, gib ihm. Ja. Ich geb ihm. Wie gesagt, ihr müsst vielleicht nicht voll beschleunigen. Auch mal Gas wegnehmen in dem irgendwas. Und ich würd euch Ego-Perspektive entdecken. Wenn dieser Lupin kommt. Ist der deutsch? Ja. Deutsch? Was ist los? Ja. Wir waren gerade am diskutieren. Aber die Diskussion ist zu Ende. Das ist ein anderer. In Deutsch. Weil der da nochmal geschrieben hat. Oh, 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 oh. Warum fährst du links? Ich fahr dir einfach hinterher, weißt du? Ja, warum? Ja, warum? Jawoll. Komm ihn raus. Er ist ein scheißer Torno. Wer ist denn? Der Erste. Ich vernüncht ihn. Boah! Den Kino. Hast du den zweiten Partei aufgetumt? Ich fliege. Oh, ich auch. Neiße. Hast du den T20 komplett aufgetunt? Alles Beste drin? Ja. Ja, ich noch nicht. Ich bin mit am Checkpoint vorbei. Ich hab ihn gekriegt. Immer ärgerlich, sowas. Ja, das kenn ich aber zu gut. Eigentlich weiter durchspielen können als hängt nicht. Ich hab ihn gekriegt. Aber wir warten auf die Spirale, die kommt. Wow, wie geil ist das Teil denn? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Wie gesagt, ich würd' aber die Ego erstrecklich immer sehen. Ja, mann, wir haben auch ne Spirale gesehen, die führt ins Universum. Okay. Die muss ich auf jeden Fall auch noch raus suchen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon gespeichert hatte. Ich glaub' nicht. Die hab' ich glaub' ich gar nicht gefunden. Die hab' ich gar nicht gesucht. Die hab' ich gar nicht gesucht. Noch besser. Wie soll ich die dann noch finden? Ne, aber... Alter. Das ist schon heavy zu fahren. Alter. Alter, ich bin... Ey. Los. Boah. Geiles Teile. Sieht schon fett aus. Muss ich erst mal drauf klarkommen. Muss erst mal wissen, wie ich lenken muss. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch so gesagt, Andi. Ist klar. Oh, nein. Oh, nein. Ich wollte gerade mal kurz gucken, wie hoch die geht, aber man sieht's gar nicht. Ja. Du musst oben nochmal ein Looping fahren, nachdem du die Spirale gefahren bist. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Krasses Style, krasses Style. Wie gesagt, nicht immer Vollspeed geben, aber du musst schnell hoch fahren. Ja, ich war jetzt schon mal ein Stückchen hoch, ja? Ich habe jetzt so ein bisschen den Dreh raus. Ich habe es einmal geschafft. Ja. Ist aber nur eine Runde, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube sogar zwei. Den überhaupt erst mal einmal zu schaffen, wenn du das mitgebracht hast. Ey. Übel, übel. Wenn du einmal raus hast, muss ich ganz ehrlich sagen, es ging. Bloß irgendwie, es geht jetzt gerade nicht mehr. Ja. Ja, ich bin meistens ein Stück zu weit nach rechts. Ja, ich bleibe an irgendeiner Kante hängen. Ja, ich gerade auch. Oder ich flieche einfach rüber. Aber die ist schon hart, aber sie ist schaffbar. Ja. Ah, ich bin wieder zu weit rechts. Also ich habe es schon mal geschafft. In der Ego-Perspektive. Du fährst jetzt in der Ego? Ja. Ne, ich nicht. Anders hast du da keine Chance. Klar. Es geht auf jeden Fall auch anders. Aber gucken, in was für einer Zeit. Wie oft ich da versuchen muss. Noch fährter, 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 noch fährter. Nicht dem... Wieso bleibt der denn stehen? Nein. Ich war fast oben, verdammt scheiße. Ah. Alter, der eine hat das geschafft. Der hat mich gerade kurzzeitig überrundet, Mann. Ernsthaft? Kein Scheiß. Kein Scheiß. Der hat das direkt geschafft. Relativ zügig. Oh nein. Wieso habe ich so weit nach rechts gelenkt? Ich war ganz oben im Looping. Nee. Bin rausgeflogen. Boah mies ey. Ich glaube der andere hat das schon wieder... Nee, der steht noch da unten. Boah, Alter. Das kann doch nicht angehen. Boah. So, dann war ich schon wieder über die Container drüber. Ja, der ist auf jeden Fall... Hast du gut ausgesucht. Anspruchsvoll. Ja. Nein. Geh weg. Oh nein, wer rampt mich da? Oh nein! Oh nein! Wer rampt mich da? Oh nein! Oh nein! Das ist die Rache. Das ist die Rache. Ich hab dich... Ich war fast durch. Ey, ich hab dich gerammt, aber das war auch keine Absicht, Mann. Ich bin einfach weitergefahren, dann kamst du auf einmal. Danke. Oh verdammt. Ich war übrigens auch oben im Looping und bin dann auch rausgefallen. Ja ja, ich hab's gemerkt. Feinige Scheiße, ey. Wer da? Das ist auf jeden Fall ein klassen Style. Verdammt, verdammt, verdammt. Boah. Wie gesagt, sie ist schaffbar. Ich weiß auch nicht, warum ich sie jetzt nicht schaffe, verdammt. Scheiße. Ich wollte ein bisschen gegenlenken, war aber zu wenig. Wie gesagt, ich würde Ego-Perspektive empfehlen. Da kannst du deutlich besser lenken. Ich mag die Ego-Perspektive aber nicht. Nee, aber du kannst da deutlich besser lenken. Wesentlich feiner. Looping. Nein! Schon wieder oben im Looping. Schon wieder oben im Looping kaputt. Also die scheiß Kurve im Looping quasi nicht geschafft. Oh, ich hab' nicht. Oh, ich hab' nicht. Ah, ich seh'n Schwein. Hat der andere das echt. Oh, jetzt krieg ich schrick'n Windschatten, sorry. Der hat mir halt Windschatten gegeben. Ich stell's vorher ab, bevor ich rankomm'. Nein! 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 Jetzt hab' ich zu weit in die andere Richtung gelegen. Fick dich! Kann doch nicht sein. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ach, du hast kein Problem. Upsa. Scheiß, Fick, Piss, stinkt nicht gut. Red dich auf! Gar kein Problem! Ja! Ich riech' mich ja auch gerade auf. Ich war oben, bin durch und bin in die falsche Richtung geflogen. Gerade eben war ich zum... Oh, nee. Gerade eben war ich zu weit links und danach das nächste Mal war ich zu rechts. Oh, kurz vor dem Looping. Spezial ist das mit dem Traktor. Pah! Eisen rein. Boah, Alter! What are you doing? What are you doing? In the hill! I want to cook. So langsam. I want to cook, dass ich das mal schaff. Das mit dein Cook? I want to cook, dass ich das mal schaff. Oh, nicht Cook! Ah, er hat Cook gesagt! 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 Ich hab's auch gehört. Ah! Konzentration hier. Ja, Konzentration jetzt wieder. Ich komm jetzt nicht mal mehr fünf Meter hoch. Ja, ich kann auch zweimal nicht. Ey, ist das wahr? Dreimal nicht. Bamm, 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 bamm. Bamm, bamm. Bamm, bamm. Du kannst ja auch gerne mal Jail-Jufe anlassen. Ey, der andere hat das schon wieder geschafft. Ne. Ist er doof? Ja. Ne, der ist gut. Boah. Alter, was ist denn jetzt los? Alter. Er hat beendet. Der hat beendet, jawohl. Oh! Oh! Irgendwo abgebreitet so eine Fickbiss-Scheiße. Das kann doch nicht angehen hier. Ja. Das kann es wirklich nicht. Oh, Katastrophe! Ja, war ernsthaft? Oh, Junge! Ich treffe da erstmal meinen Monster trinken. Ey, bloß! Ich will da jetzt hochkommen, verdammte Kacke. Ich war doch eben hoch. Ja! Nummer eins! Wie? Hast du gesagt? Ich bin durch. Geil! Hast du geschafft, oder was? Ja! Ich liege jetzt irgendwo unten am Boden. Ich spawne. Ich bin nochmal... Gratulation, Alter! Ja! Ja, das war hart, Alter! Ich schwör's dir! Und jetzt nochmal! Ich habe ihn auch gekriegt! Echt jetzt? Ja! Ja, korrekt! Glückwunsch! Aber ich bin irgendwo oben gespawnt! Ja, auf der Plattform! Ich fahre jetzt noch 10 km! Oh! Nein! Nein! Boah! Jetzt wäre es passiert eben schon! So ein scheiß Vorgarten! Ich sehe dich! Jawoll! Ich sehe dich! Jawoll! Du hast jetzt Chance mich aufzuholen! Im Worldwide sehen wir uns später wieder! Und wieder zu verkacken! Ja! Super! Oh! Boah! Ja, jetzt würdest du mich auch schon früher sehen! Oh! Couch! Ja, ich bin selber gegen Schild gefahren! So! Runde 2! Jo! Runde 2 bestätigt! Jawoll! Ist ja auch ein Stück Rennen hier! Ja! Ist ein Stückchen Rennen! Aber es ist eigentlich scheißegal! Nein! Ja, Mann! Du holst das da eh wieder nach! Oder auf! Ja! Außer du hast wirklich einen dabei wie der Erste! Der das einfach so macht! Der das einfach mal eben so! Vermutlich beim ersten Mal sogar beim ersten Mal geschafft hat! Ich habe ihn noch nie lange gespawen gewesen! Ich auch nicht! Er hat bestimmt gescheatet! Ja! Ich bin dafür, dass er gescheatet hat! Ja! Ja, geh! Komm! Die Mehrheit stimmt dafür! Ja! Wer ist dafür? Hände hoch! Meine Nase ist oben! Äh, meine Bauch oben! Ah cool! Dieser Biest ist auf jeden Fall auch reingekommen! Ich frage mich jetzt gleich mal, ob der Headsetter hat, der ein Beatswort! Aber der ist zu gut! Boah! Ich dachte das wäre eigentlich Holz! Ja! Mal doch Metall! Da Metall! Boah! Oh! Fast vorbeigefahren! Ja! Svirale in die Luft! Ich bin mal wieder da! Ja! Fuck! Leute! Ich glaube das wird heute auf jeden Fall eine XXL Folge! Ja! Richtig lustig! Meine erste... Aber die anderen beiden sind leichter die noch kommen! Okay! Okay! Also was denn? Überras? Nein! Also kurz davor wieder! Ja okay! Da bin ich schon mal... Oh ich bin dritter! Das heißt du bist auch jetzt da! Ja! 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 Jawoll! Und das zweite Mal! Hast du geschafft? Ja! Kann ich ja nicht! Nein! Oh fuck! Ich wollte eigentlich nicht Shatter haben! Also auf jeden Fall das zweite Mal geschafft! Oh nein! Oh nein! Ich komme mal gucken wo du bist! Ich komme mal gucken wo du bist! Ich fliege hier gerade! Oh! Jawoll! Guck mal jetzt! Oh kacke! Ich bin nicht explodiert! Ja klar! Ich fahre jetzt noch mal da hoch! Nee nee! Dann kannst du nochmal zurückfahren! Nee nee! Ich fahre jetzt runter! Und fahre das Ding jetzt zu Ende! Du kommst schon jetzt nicht entgegen! Nee nee! Ich komme nicht entgegen! Kann man sagen! Ich habe ja keinen Rund von der Waffung! Obwohl komm einmal kann ich ja bringen! Ich komme nicht mal entgegen man! Ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee! Scheiße! Ich hoffe du kommst jetzt nicht direkt zu! Das geht gar nicht! Oben ist ne Kante! Oh! Ist mein Speed! Boah! Oh! Ja! Scheiße! Oh! Kacke! Oh nein! Ich wollte ihn eigentlich ganz am Ende so... Wig-K hätten jetzt... Schau zumal ein! Ja! Haust du wieder rein? Ja! Ja! Blöde! So ich fahre das Ding jetzt hier zu Ende! Ist ja gerade mal schief gegangen, ich bringe mich jetzt sogar noch zur Tür, sobald der J.J. dran ist, wenn die Runde zählen ist, bin ich gerade voll glücklich. Du hast ihn geschafft? Ja. Wieso hat er den jetzt nicht genommen? Wie? Ja. Wie? Nicht genommen? Nee. Nee, heute war nichts, gestern war das nicht. Okay, ich fahr dann ins Ziel. Ja, fahr. Fahr nicht, sonst wird die Folge zu lang. Aber das kann doch nicht angehen, nee. Alter, das war wieder Knaller. Ich hab die Kamera gerade verwackelt. Juhu, hoffentlich sind wir noch beide drauf. Ich glaube so. Ich guck mal eben schnell. Leute, ihr habt jetzt leider ein ganz kurzes Standbild. Sorry dafür. Ja, wir sind drauf. Alles klar. Leute, weiter. Das ist ein Abschussbild. Jawoll. Geiles Abschussbild. Schön, dein Unterboden. Perfekt. Aber lustige Strecke. Mega lustig, aber super schwer. Mega lustig, aber super schwer. Mega lustig. Aber schaffbar. Hau sie rein, Digga. Hau sie rein, Digga. Wer geht? Ja, Mann. Ciao, ciao. Dann konntest du Knochen ziehen, Digga. Dann konntest du Knochen setzen. Ja, ja. Ich hab doch noch die Dürfen nehmen. Da hetzt sich ja auch. Lecker, ne? Hast du eh gesagt? Das ging. Das ging. Das hat gar nicht wirklich viel getan. Ich hab gesagt. Jetzt kommen noch zwei Lockermänen. Also jetzt kommen noch zwei Titel drin, ne? Jo. Alles klar. Bitte feine Countdown. Das lassen wir auch so. So, Spiele einladen. So, ich bin mir da. Der Beatsport ist auch ganz voll. Beatsport ist der andere, der mitmachen wollte. Bei 30 Sekunden. So. Uiuiui. Hallo, mein Witter. Bin ich gelegt? Ich hab gerade noch einen Kollegen wegbringen. Den hab ich schnell ums Eck gebracht. Haaaah. Schau mal den Beatsport. Okay, und so? Warte, warte, noch nicht. Was? Noch nicht. Der Beatsport. Der wollte hier mitmachen. Okay. Kannst du denn schreiben? Ja, nur darüber. Das dauert mir jetzt ganz zu lange. Dann lade ich ihn das nächste Mal mit ein. Weil er hat mir noch nicht geschrieben. Nix. Ehe. Ja. Irgendwer fällt. Der Beatsport. Noch hast du ne beste Zeit. Ja, wo? Ja, wo? Kommt direkt nächste. Oh, das könnte gut sein. Alle rein. Von mir aus 17 Leute. Ja, alle voll. Jo. Und dann drei Loops. Und an jedem Looping so fünf, sechs Leute würde reichen. Oh, Motorrad rennen. Jawoll. Die Bati geht natürlich. Nee, nee, die wäre direkt daneben. Die Bati geht auch nicht durch. Genau, ist breit. Genau, breit. Ja, wir auch. Ganz schön nötig, ne? Was macht du denn da? Guten Appetit, ja? Ich habe Hunger. Ich esse Puffträger Knusperpuffreis. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, geil. Puff, Puffreis. Das ist total lecker, ja? Oh Gott, Puffreis, Mann. Total lecker, Alter. Ja, Mann. Das ist voll lustig. Ey, die kennen wir die Strecke. Die kennen wir schon, ja. Ja, gut. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja jetzt eh eine Spielliste. Oh. Und jetzt sind es mit Waffen und Leuten und so. Der hat mir mein Bein geklaut. Kommst jetzt von da eh nicht an den Punkt ran. Oder doch, das ist der nächste, ja. Ich glaube da wollte gerade einer... Boah. Jetzt hast du ja auch nicht mehr. Mies. Maumann, wir suchst immer was im Weg. Und gut. Ja. Ich bin voll schlecht. Ja, wir sind auch nicht ganz vorne. Nein, du stirbst. Boah, voll mies, ja. Wow, wir haben das da irgendwo. Jetzt du da. What the fuck? Ah, der hat die Schwung angekillt. Ich bin voll mies gegen die Kante geknallt gerade. Nun schon wieder alle weg. Da war der erstes durch. Kicks schon wieder. Der hat wohl auch irgendwelche Kicks, ey. Der hat wohl auch irgendwelche Kicks, ey. Der hat wohl auch irgendwelche Kicks, ey. Nein. Irgendwann jagst dich selber damit in die Luft, Alter. Komm mal ab. Ja. Wenn du nicht gegen den Kanteian geknallt, der ist noch nicht gestoppt. Das stimmt. Super. Super? Ich glaube, die Zeit läuft jetzt aus. Geht schon. Und? Boah, das war ganz schön knapp. Ne, läuft noch nicht aus. Obwohl zwei schon durch sind. Boah. Boah. Ich glaube ein bisschen durch. 3,4 Meter. Ich nenne es immer. Alter. So. Und dieses Wendung beendet. Yo, yo, yo. Ja, gut. Ja, gut. Jawohl. Und wir gucken dir gerade eine Runde zu. Jawohl. Backflip. Park geschafft. Jawohl. Sauber. Bist du jetzt in der letzten Runde, ne? Glaube ja. Auf. Ja. Das muss wehtun. Gut, dass du einen Hellmann hattest. Ja, aber. Ja, aber. Dann dran. Tidu. Tidu. Einer muss. Passiert. Na. Tidu. Tidu. Andere Ich werd' connections. Halt ist das auch. Buccede. Buccede. Ja, jetzt kriegen wir Schoko-Bonce. Buccado. Buccesch. Will es himself? Buccede. Ja. Sky-履-Moto. Aber der ist ganz lustig. Wie oft hast du den Schoko geschafft? Der ist einfach. Also nein. Aber er macht Spaß. Das ist die Hauptsache. Ein paar Mal bin ich schon getan. Okay. Direkt Schoko Wungs aufmachen. Ich starte. Ja, starte. Kommt eh keiner dazu. Ich habe nur 2 Jahre, aber... Ja, wenn ich will, der hat schon. Ja, wenn ich will, der will schon. Genau. Oh, was ist das denn? Besten hat der will nicht mehr. So ist das. Jawoll. Ja. Aber es ist machbar. Ja. Erstmal dran vorbei. Mal wenigstens den Punkt gekriegt. Ja. Das ist schon ein bisschen schieten, aber... Ja. Ich kann es auch nicht zurücksetzen jetzt. Nein, 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 nein. Ey, warum hat der das Gitter weggeknallt, der Benner? Ja, nein, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ich war drüber, drüben und dann bin ich gestorben. Wieso? Wieso? Bist du jetzt über mich drüber gesprungen? Wieso? Bist du jetzt über mich drüber gesprungen? Ich bin gegen dich gesprungen, ja. Wieso ist denn der jetzt so ein... Ich weiß die Schugetten, Alter. Ja, ich glaube, warum? Danke. Ähm. Mein Kontroller ist gerade voll... Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir das Album ein bisschen gezielter und springe an der nächsten Platte vorbei. Oh, tot. Ernsthaft? Ich bin schon fast. Nein! Ich bin mal eins, ja. Danke. Hebel, tschau. Hey, bin fünfter. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Nicht kaputt fahren. Man hat das Rückwärtsfahren. Was war das denn? Perry, wie heißt der? Das Schnabeltier? Perry, das Schnabeltier. Was ne Scheiß, ey. Alter. Hier muss ja auf dem Röhreich rumfahren. Der von Benne. Auf dem Röhreich. Oh nein. Den ersten Check von nach dem Rohr habe ich geschafft. Aber den noch nicht. Boah, weiß ich schon. Oh, die Fehler sind doch nervig. Sagst du? Ich bin Fünfter, Vierter. Oh geil. Oh, ich wurde geschubst. Ach, das ist nicht okay. Ey, nicht schubsen. Er hat Joghurt im Rucksack. Wenn er einen Rucksack auch hätte, wäre es egal. Ja. Ich sehe wieder ein bisschen Traffic hier. Ich glaube, ich komme den anderen ein wenig näher. Aber ich glaube nur und nur ein wenig. Ist da schon wieder was zum Springen? Ja. Aber nicht so weit. Oh doch, nicht so weit. Na, boah. Ich habe einfach eine Plattung rausgelassen. Ich war mal so dreist. Ich komme da nicht runter. Ich bin da nicht. Wo ist der Hund da vorne? Ja? Ja. Irgendwer hat das dann beendet. Peter. Der Kicks wieder oder was? Oh, boah, 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 boah. Ich habe auch noch ein Leben da angezeigt. Wenn du mich tötest, dann überlebe ich das nicht. Wenn ich verfeuern werde, wenn ich eine Welt schatz wie ein Fänger. Wenn du mich tötest, dann überlebe ich das nicht. Ich liebe es sich zu sehr, um ein bisschen Worte auswählen zu können. Dann drückst du dein Geld aus. So, ich bin unten. Ich auch, aber tot. Ne, ich bin alle Punkte erwischt und jetzt im Ziel. Jawoll, ja. Malou. Oh, ich bin unten und lebe. Jawoll. Du bist unten und lebe. Oh nein, ich lief nicht mehr. Ich bin unten und lebe. Wo bin ich bekommen. Kommt glaube ich doch mal an, so mehr Spieler drin sind, desto mehr müssen im Ziel. Ein 3 jetzt, ich versuch. Bin drin. Ja. Sehr schön. Jetzt fängt die Zeit an. Willst du noch... Ich bin nicht der Letzte. Ich nehme noch eine Boschette. Die Maps, die haben mir auf jeden Fall gut gefallen. Ja. Kommt nicht noch eine schon. Auf jeden Fall. Aber die anderen sind mir mit Auto gefahren. Aber kommt nicht noch eine Map? Ich glaube das ist die 4. Das war die 4. Ja. Wir waren beide 2er dran. Und guck mal, diese... War kaum gesehen von oben aus wie so ein Trix. Boah. Hätten wir auch drauf gekriegt. Na gut. Na gut. So, wir schauen jetzt mal ob noch ein Rennen kommt. Aber ich denke es war das Letzte. Falls ja, schreibt in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Weil ja, der Kick ist uns gefickt. Von mir kriegst du einen. Guck mal, jetzt kommt der B2 wieder rein. Na ja, bringt ihm eh nicht viel. Weil jetzt hören wir ja auch. Wenn einer jetzt nicht noch ein Rennen kommt. Ne. Ne, ist fertig. Ja. Okay, 2. Platz ist ja gar nicht so schlecht. Ne. Nö. Vierter. Lapis King kam glaube ich erst im letzten Rennen dazu. Ist egal. Na ja, der ist noch zum letzten Rennen. Der ist der schlechte Sinn. Ja. Gut Leute. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. Guten Abend. Büss.